Ja, wie bist du denn überhaupt hier reingeraten? Das ist eine gute Frage, frage ich mich mittlerweile auch. Nein, ich hatte ein Atelier gesucht, hatte ganz normalen Antrag gestellt. Dann hatte ich Glück gehabt, dass ein Atelier frei war, und so bin ich hier hergekommen. Jetzt bist du im Vorstand? Dann habe ich diesen Verein ein bisschen beobachtet und mit den Sachen drin war mit ein paar Sachen, wurde dann auch Vereinsmitglied und hatte ab und zu mal von diesen vielen langen, ewig geführten Mitgliedervollversammlungen stundenweise zum Schluss mit Alkohol, wo die Leute dann besoffen waren, sich nur noch angequüllt haben. Wo man dann gesehen hatte, dass es nicht weiter geht, weil man ja auch von außen Trüppe hatte und immer noch hat. das Projekt stabil zu machen und weiterzuentwickeln. Und ich hatte dann wahrscheinlich die große Krüche gehabt, sodass ich dann gesagt wurde, ja, dann mach du auch mal was. Und so ist es passiert. Und was würdest du sagen, wo liegen die Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Ne, ist es auch nicht. Ne, ist es auch nicht. Man hat, was ich sehr gut finde, den Anspruch, dass man sich selbst verwalten will. Und dann ist es so, wenn man 10 oder 100 Leute hat, hat man in der Regel 20 oder 120 Meinungen. Die muss man zusammenführen, in der Regel den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, sodass es weitergeht. Und dass auch die Umsetzung der Meinungen muss auch in einer gewissen Art und Weise ja auch realistisch werden. Weil dieser Verein, auch wenn er steht, auf eigenen ökonomischen Füßen drin ist. Aber die eigenen ökonomischen Füßen oder Basis sagt ja auch aus, dass einige Sachen bedient werden müssen, wie Miete, wie Versorgungskosten, Strom, Gas. Das hat man nicht gesehen. Und die Leute, wir vermieten ja die Räume. Das ist ja das Einkommen, das dieser Verein hat. Und daraus werden ja dann diese Kosten alle bezahlt. Und da kann man sich sicherlich einige Zeit lang auch Leute, die gerade nicht so finanziell stark sind, eine Zeit lang mit unterstützen. Das heißt mitnehmen. Aber wenn man der Meinung ist, dass es über Jahre geht, oder ich habe meine Pflicht und Schuldigkeit getan und gehe hier in der Rente und muss nichts mehr bezahlen, dann ist das sicherlich auch eine Sache, die so einer kleinen Gemeinschaft auch sehr schaden kann. Und wenn die ökonomische Basis nicht hochgestellt ist, dann schadet es so unheimlich. Und das sind so Prozesse, die man in den letzten Jahren langsam, aber sicher auch umgestellt haben, sodass wir jetzt ökonomisch besser dastehen. Und das sind natürlich auch Sachen drin, wo einige Leute unzufrieden sind mit so einem Verein und dann auch nach außen dann sagen, dass der Verein blöd ist. Und weil sie selber eine andere Traumvorstellung haben. Aber das sind Traumvorstellungen, die kann man hier auf so einem Platz nicht verwirklichen. Und auch wenn der Verein in der Lage gewesen wäre, das Gelände zu kaufen, hätte er genau diese gleichen Mittel. Und das sind ja nur die geringsten Sachen. Wir gehen ja nicht mit in der Zentrifizierung mit, dass man ständig unsere Mieten erhöhen, damit es uns besser geht oder einigen aus diesem Verein besser geht. Das ist ja überhaupt nicht der Sache. Hier wird hauptsächlich ehrenamtlich gearbeitet in diesem Verein. Und das muss man aber auch verstehen. Wenn man ehrenamtlich arbeitet, macht man sein eigenes Projekt, setzt man ein bisschen den Hintergrund drin, weil man einfach die Idee, den Traum, die Vision hat, dass es hier weitergeht, dass man hier was mitgestalten kann. Auch im gesamten Kiez, dass man auch zeigen kann, es geht auch anders. Man muss nicht ständig die Mieten erhöhen, um angeblich besser leben zu können. Das ist auch immer die Frage. Das besser leben, das definiert ja jeder für sich. Der eine ist mit dem Fahrrad zufrieden, der andere ist mit dem VW Golf oder mit dem Trabi zufrieden und der andere braucht unbedingt einen Rolls Royce. Ich sage immer, sowas bestimmt jeder für sich. Und trotzdem will jeder kreativ sein. Egal ob der Rollerfahrer ist oder der Rolls Royce fährt. Und die Basis hier unserer Kreativität, wo man ja auch auf den Kiez zugehen und was der Kiez auch bei uns annehmen, wo auch Diskussionen entstehen, wo man auch lernt, den anderen eventuell zu verstehen. Aber zumindest, dass man auch diskutiert und dann vielleicht der ein oder andere noch mal drüber nachdenkt, hey, so geht es nicht, weil wir uns gedacht haben, immer nur höher zu machen, weil dann verdränge ich ja euch. Und wenn ich euch verdrängt habe, fühlen sich ja andere nicht mehr wohl, weil die Kreativität weg ist. Die Leute ziehen ja auch in diese Gegend Friedrichshain-Kreuzberg drin, weil er so cool ist, weil er so kreativ ist. Und wenn ich jetzt sehr viele kreative Leute in andere Städte oder in den Außenbereichen verdränge, weil sie sich nicht mehr leisten können und ein Künstler kann sich nicht alles leisten, also zumindest nicht die hohen Mieten, dann sind ja die Leute selber dran schuld, dass sie den Bezirk oder diese Gegend nachher entvölkert haben und dass man dann nur noch in sogenannten Glaspalästen in Lofts wohnt und dann auf die Straße geht und keiner mehr ist auf der Straße. Dann fühle ich mich auch nicht mehr wohl. Und jetzt ist immer die Frage, wie kriegt man die Mischung hin? Beispiele hat die Stadt genug. Und die große Geldkarawane kennt das aus New York, kennt das aus London, kennt das aus Paris. Da kann man viele Städte machen, wo man sich dann auch fragt, wenn sie mit Berlin abgewirtschaftet sind, ist vielleicht noch Warschau da. Von Moskau kommen sie schon. Und dann ist irgendwann Null, da muss man wieder Null York anfangen über diese, weil ja jetzt langsam auch diese Loft wieder von anderen Leuten besetzt werden, weil sie nicht mehr vermietbar sind. Die Mieten sind ja da wahnsinnig runtergemacht. Vielleicht ist es ein ewiger Kreislauf auch, dass die Kreativen durch die Welt ziehen müssen, und das Kapital rennt hinterher. Weiß ich nicht. Wir sind aber dafür, der RRW-Tempel steht zumindest auch dafür, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir wollen die Kreativität hier halten, wir wollen auch die Gespräche mit unserem Kiez haben, und da ein gutes, einigermaßen einfach, nämlich so, dass sich alle wohl, also sehr viele, alle kann man nicht befriedigen, das ist klar, aber dass sich sehr viele wohlfühlen. Ja, du hattest ja einen 10-Jahres-Vertrag. Aber was kommt danach, wenn du sagst, ihr seid hier, um zu bleiben? Weil der Druck wird ja immer mehr. Ja, die Möglichkeit war, die man hat, dass wir einen 10-Jahres-Mietvertrag bekommen, der abends immer in Frage gestellt wird, aber alle Mieter auf diesem Gelände haben einen 10-Jahres-Mietvertrag bekommen, und das ist erst mal ein Anfang. Und wie gesagt, man muss dann auch Kreativität zeigen, man muss auch mit Leuten sprechen, man muss auch Leute überzeugen, so dass man sagen kann, ja, der RRW-Tempel ist auch daran beteiligt, dass er ein wichtiges Projekt innerhalb dieses Kiez ist, und auch für die Eigentümerseite sicherlich auch eine wahnsinnig gute Adressenbildung ist, so wie das die Modernen schon in New York gemacht haben. Die haben ja die Adresse gebildet, sodass die Leute dann unter vielen Mänteln angefangen haben zu modernisieren, bis sie dann alles verdrängt haben. Und ich meine, jeder hat in den letzten 15 Jahren daraus gelernt. Und vielleicht gelingt es uns mal hier, dass man sagen kann, ja, hier ist eine gute Symbiose entstanden und wir bleiben. Das ist ein Traum, das ist eine Zielstellung, und dafür sind wir offen, dafür kämpfen wir, dafür arbeiten wir. Das ist mal ganz einfach. Das geht.